Die Erde legt uns zu Füßen. Moment noch, ich mach grad mal Rusch. Aber die Systeme sind angriffsbereit. Planetenzerknallen wackelt immer so. Außerdem sieht doch hier alles echt süß aus, rein wissenschaftlich gesehen. Bessere Raumschiffe als unsere. Bessere Autos als unsere. Bessere Wurst als unsere. Und sie sehen besser aus als wir. Sehen besser aus? Naja, hier sehen Sie. Ihre angewandte Forschung. Ange was? Angewandte Forschung hat eben Vorteile. Ange wie? Was ist denn das? Ganz einfach. Sieht zwar ganz schön kompliziert aus, aber funktioniert. Das wird Ihnen auch nichts mehr nützen. Nein! Sie haben doch auch bessere Verteidigungssysteme als wir. Aha!